Hey Hallo, ich bin's wieder, euer MacPabrik. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr aus einer Orange oder einer Mandarine eine tolle Kerze selber bauen könnt. Im ersten Schritt müsst ihr die Mandarine oder die Orange dafür abhellen. Ich schneide sie hier einmal an und schneide sie in der Mitte links herum durch. So schaut das Ganze dann fertig aus. Jetzt pelle ich sie vorsichtig ab. Wenn das nicht so einfach geht bei euch, wie es bei mir hier mit den Händen geht, dann nehmt zur Hilfe einen Löffel. So und genau dieses Teil hier brauchen wir. So und nun brauchen wir noch etwas Öl. Das geben wir jetzt in unsere Schale rein. Das ist jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes eine Schale. Ja und fertig ist unsere schöne Deko Kerze. Diese Kerze brennt ca. 20-30 Minuten. Ich zeig euch jetzt nochmal, wie das Ganze im Dunkeln ausschaut. Im Dunkeln leuchtet das Ganze hier sehr schön orange. Ich finde das sehr weihnachtlich. Ja, wenn ihr Lust habt, macht euch die Kerze auch mal nach. Aber bitte denkt dran, dass man Kerzen nicht unbeaufsichtigt lässt. Denn ja, da kann allerhand passieren. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Wer mag, kann mich abonnieren. Dann sehen wir uns auch in meinem nächsten Video wieder. Ich sag bis dann. Euer Mac, Fabric. Und dann schlieg. Ich sag bis dann. Wir schliagen. Ich sag bis dann.